Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Test und zwar nicht von dem Spiel, was ich hier gerade spiele namens War Thunder, sondern ich mache einen Let's Test zu Fraps, dem Aufnahmenprogramm und zwar werde ich ab morgen ja The Witcher Let's Playen und ich dachte bevor ich das Ganze dann hochlade und keine Ahnung habe, wie man Fraps benutzt, starte ich einfach mal ganz kurz beim Test. Und ja im Prinzip war es das auch schon, ich wollte es eigentlich nur testen, ist eigentlich auch nicht so, dass ich will, dass ich das irgendein angucke, ich dachte wenn ich das schon mache, dann lade ich es doch einfach mal hoch. Stopp, 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 boah, ich hasse diese Idioten, die einen immer versuchen zu rammen. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, ob ihr zu dem Spiel mal ein Let's Test sehen wollt, ach Quatsch, ihr werdet auf jeden Fall dazu ein Let's Test sehen, ich weiß nur noch nicht wann, ich habe da schon seit Ewigkeiten im Plan, habe ich immer keine Zeit zu gefunden und ich spiele es öfter mit meinen Jungs das Spiel und finde es einfach richtig, richtig gut. Stopp, ja, ja, ah, ich hoffe mich. So, den hole ich mir, komm den holen wir uns, den holen wir uns noch fix und dann, dann bellen wir es wieder einfach schon kurz. Ihr könnt mal schreiben, ob ihr das Spiel gut findet, ob ihr schon heiß geworden seid auf das Spiel, weil ich finde es richtig gut, es macht echt Laune. Und das Beste an dem Spiel ist es kostenlos und es gibt es für PC und PS4 und die sind Crossover quasi bei den Plattformen, also wir können auch als PS4-Typi bei den PCen mitspielen, bei den PCen, wisst ihr was ich meine? Und ich finde bei dem Spiel ist es auch nicht ganz so schlimm, weil Controller und Maus geht beides von der Steuerung sehr gut von der Hand und deswegen hat man da nicht irgendwie einen Vorteil oder so, bei gewissen Spielen hat man ja teilweise einen Vorteil, wenn man mit Tastatur spielt oder so, gerade bei Shootern macht es sich mit Maus Tastatur immer ein bisschen besser, einfach präziser als man sich schneller drehen kann. Jetzt fahre ich jetzt doch wieder an, wieder ewig zu labern, es tut mir leid, ich hole noch den da von Himmel, von Himmel, man merkt, ich bin müde, es ist spät gerade, ich wollte es noch fix testen, bevor ich dann morgen früh so, so wird schon eine Aufnahme mache, komm schon, komm schon, das Ding ist aber auch, was ist denn das, Doro 217, das ist irgendwie so ein übeles, krasser Kampfflieger, das ist glaube ich kein, ouch, okay, das war es mit uns, gut, ähm, hab mich gefreut, dass ihr das angeguckt habt, wenn es sich überhaupt einer anschaut, ich weiß es nicht, aber es ist wie gesagt kein Letzt-Test zu War Thunder, das kommt später nochmal, Sonder ist ein Letzt-Test zu der Software-Fraps und womit ich das Ganze hier gerade aufnehme und ich will selber mal ganz kurz, ähm, ja, jetzt mal selber einen Blick drauf werfen, was geworden ist und ansonsten sehen wir uns dann hoffentlich, ähm, ja, morgen beim The Witcher, beim Witcher, äh, auf meinem Kanal hier, ich bin Robli und, ähm, auch vielleicht später nochmal zum Letzt-Test von War Thunder, freut mich, dass du dabei bist, freut mich, dass du mich abonniert hast, wenn du mich nicht abonniert hast, dann abonniere mich doch einfach mal, und ansonsten, äh, ja, bis dahin, haut rein!